Große Siegerin im Siebenkampf der Damen, Brienne Tyson Eaton. Brienne, congratulations. Wie fühlen Sie sich, müde oder glücklich? Ich fühle mich gar nicht so müde, ich bin einfach nur glücklich. Ich hätte mir ein so ein hohes Punktergebnis gedacht. Ich wollte natürlich einen guten Wettkampf abliefern, aber es ist alles sehr angenehm gelaufen. Vielleicht ein Sperrwurf etwas weniger. Kann man 800 Meter genießen? Nein, nicht bis auf die letzten 10 Meter, wo man weiß, jetzt schaffe ich es bis ins Ziel. Die Zeit wird auch gut sein, aber vor den 800 denke ich mir, ich gebe auf, ich mache das lieber nicht. Aber wenn es dann vorbei ist, natürlich ist es das beste Gefühl der Welt. Ich bin sehr glücklich. Das ganze Wochenende, betrachtend die Unterstützung der Fans, so wie sie sie wollten? Ja, das ist, warum ich dieses Meeting so liebe. Es ist so einfach, hier teilzunehmen. Die Musik, die Zuschauer, so viel Unterstützung. Deshalb gibt es auch so hohe Ergebnisse, so viele Punkte, weil es sehr angenehm für die Athleten ist, hier die Wettkämpfe zu bestreiten. Man fühlt sich leichter. Man fühlt sich leichter. Ich werde, so lange ich kann, zurückkommen. 16 bestes Ergebnis in der Geschichte. Was haben Sie sich denn vorgenommen, wie Sie hergekommen sind? Ich habe nicht erwartet, so viele Punkte zu schaffen. Ich wollte schon gerne eine persönliche Bestleistung machen, aber 150 Punkte mehr, ich weiß nicht, das wird schwer sein, in Zukunft das zu schlagen. Aber mein großes Ziel ist natürlich Rio und die Olympischen Spiele und hoffe ich noch stärker zu sein, aber ich werde jetzt diesen Moment einfach genießen. Enjoy the price-giving ceremony. Thanks and congrats again. Thank you.